halli hallo hallo ich habe hier leichte probleme mit meinem schiff und ich denke mal dass die da internetprobleme haben versuche jetzt mal irgendwie hier aufzukommen da fliegt mein schiff schon wieder wahnsinn was ist denn los hier ein totaler ausfall der server von rare wo ist mein schiff da ist mein schiff jetzt fliegt es schon wieder da ist mein schiff da fliegt es ist das nicht geil ist das nicht super bin ich jetzt mein schiff hier war veranker ich mache anker schnell anker geworfen aber irgendwas kriegen hier nicht geregelt wenn ihr mein schiff weg waren und jetzt ist der anker drin aber jetzt immer noch denken jetzt geht er unter jetzt fliegt er wieder und wie er fliegt ist das nicht geil leute leute er würde er sich dann habe ich noch niemals alle schiff hier und weg ist da ist mein schiff ist das nicht schön da ist es meist tätig der fliegende holländer ich weiß jetzt nicht wie lange der ganze spaß genau geht das ist doch wieder weg da ist mein schiff guck mal wie er sich aufstellt aber treffen kann ich die felsen weg ist er wieder. Haben wir nicht noch eine Insel irgendwo in der Nähe. Ach, jetzt ist es mal hier. Dann fahren wir wieder. Schwimmen wir wieder mal zurück zum Hauptposten. Das ist mein Schiff. Mein Schiff ist nicht da. Mein Schiff ist weg. Oder ich sollte mich mal, ja gut, vielleicht mal die Haie umbringen. Vielleicht komme ich ja dann wieder auf mein Schiff. Aber die scheinen hier tierische Probleme mit ihrem Server zu haben. Hier ist runter, tiefer, raus. Meine Güte. Das wird mein Schiff. Da, habt ihr gesehen? Da ist mein Schiff. Da ist mein Schiff. Da ist mein Schiff. Da ist mein Schiff. Ja gut. So, wieso habe ich mir meine Kamera zu? So. Machen wir mal ein bisschen Licht hier rein. Da ist mein Schiff, jawoll. Ups. Also der Server hat ein tierisches Problem. Mein fliegender Holländer ist da oben an den Wolken über den Wolken. Wo die Freiheit wohl grenzendlos ist. Da, da, da. Oh, jetzt steht er wieder im Wasser. Ne, er kippt wieder. Ja, muss ja auch mal sein, ne. So was. Ja, Leute. Ein Abo. Werden wir recht. Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Daumen nach unten. Ihr kennt meine Devise. Ein Feedback in die Kommentare. Denn man kann nur besser werden. Da kann man gar nichts machen. Und nun fliegt er in der Luft. Und wie er fliegt. Oh, der ist er weg. Und wo ist jetzt der Hauptposten da? Oh, der ist er wieder. Ist er wieder. Ist er nicht schön? Ich denke mal, die Server sind sowas von überlastet, weil heute ja alles doppelt gezählt wird an gelohnt. Über, äh, Kopfstand. Und einmal Rückenlage. Oh, wie Titanic. Die Titanic. Das tut nur noch das Spiel. Das ist ein Ding. Das ist schon geil. Ja, das muss ich ja jetzt nicht holen. Aber ich komme auch nicht drauf, ne. Doch, jetzt bin ich drauf. Äh. Spreit. Na, kann ich ja noch mal. Ich bin die Leiter. Da ist wieder. Oh ja. Ich habe es doch gerade geschafft. Ach, Schiffchen. Ja, kommt es selber wieder in Ordnung? Komm ich wieder drauf? Also. Na ja, es geht gerade so, ne. Aber ich kann auch nicht drauf. Ich kann doch denken. Na, das haben wir sich wieder gefangen. Also, ich habe, glaube ich, Anker rausgemacht, ne. Egal bisschen. Das war's, ihr Lieben. Ihr seht ja selber. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Komm, bitte überprüfe deine Verbindung. Versuche es neu. Meine Verbindung ist optimal. Also, es wäre ja, was wir da nicht geschnallt kriegt hier. Naja, was soll's. In diesem Sinne noch einen schönen Nachmittag. Bye, bye.